Kicks, Spins, Delays. Das sind nur einige der Fachbegriffe, mit denen diese Jury hantiert. Denn gesucht wird hier der weltbeste Footback-Spieler im Freestyle. Bereits zum 30. Mal findet nun die Weltmeisterschaft statt und Berlin ist zum ersten Mal Austragungsort. Die Sportart selbst hat eine lange Tradition. Den Sport Footback gibt es in seiner heutigen Form seit über 30 Jahren. Entstanden damals in den USA, entwickelt von zwei Freunden, die einfach angefangen haben, einen kleinen Ball, einen Socken gefüllt mit Maiskörnern zum Beispiel zu kicken. Und so hat sich über die Jahre eine richtige Sportart daraus entwickelt, in der heute dann auch Turniere ausgetragen werden. Unterteilt ist die WM in die Bereiche Freestyle und Netz. Beide setzen sich dann nochmals aus verschiedenen Kategorien zusammen. 350 Aktive aus 25 Nationen haben sich in Berlin versammelt, um den Weltmeister in ihrer Disziplin zu küren. Beim Freestyle bewertet eine Jury das Können und die Kreativität der Sportler. Ein Star der Freestyle-Szene ist Vasek Kluda. Mehrfach stand der Tscheche schon auf dem Siegertreppchen bei Europa- und Weltmeisterschaften. Ich begann mit Footback-Spielen im Sommer 2000. Ich war ein Schachturnierspieler, war in der Schule und Amerikaner kamen zu Besuch. Sie warben für den Footback-Sport und ich meinte, okay, ich höre mit dem Schach auf und spiele Footback. Das ist das Allerbeste. Aber auch Deutschland kann beim Freestyle einen Weltmeister stellen. Der 25-jährige Jakob Wagner gewann im vergangenen Jahr und freut sich nun umso mehr über die WM in seiner Heimatstadt. So ein Grab, so eine Art wie beim Inline. Du machst den Trick und fester bei deinem Fuß mit der Hand an. So was zum Beispiel ist jetzt so ein Spezialding von mir. Beim Footback-Netz wird im Einzel- oder Doppel auf einem Badminton-Feld gegeneinander gespielt. Als Favorit im Doppel gilt das Chaos-Team aus dem kalifornischen Oakland. Unsere Chancen sind gut. Wir sind als Favorit an Platz 1 gesetzt. Wir gewannen die WM im letzten Jahr in Prag. Der kleine mit Sand oder Granulat gefüllte Stoffbeutel darf auch hier nur mit den Füßen bzw. Beinen über das Netz gekickt werden. Und auch wenn es stellenweise anders aussieht, ist diese Sportart nicht gefährlich. Ich hatte einige kleine Verletzungen, wie ein schmerzendes Knie oder Knöchel. Aber nie ist etwas gebrochen oder ähnliches. 1999 begann mit der ersten Footback-Europameisterschaft in Berlin der Boom der Sportart hierzulande. Genau zehn Jahre später setzt die WM zum nächsten Höhenflug an. Mit rund 2000 Zuschauern beim Finale ist es das größte Turnier in der Geschichte dieses Trendsports.